So dann, meine lieben Zuschauer, dann wollen wir direkt mal anfangen zum heutigen JFD-Workshop. Ich freue mich, dass Sie heute hier zugegen sind. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben hier am Freitagnachmittag. Heutiges Thema, Rainbow Trading und Heiken Aschi. Das wird auf jeden Fall sicherlich spannend sein für den einen oder anderen, auch neues Terrain. Insofern freue ich mich, dass wir da heute ein Stück weit Licht ins buchstäbliche Rainbow Dunkel bringen werden. Der ein oder andere wird es vielleicht auch schon kennen, das Setup des Rainbows, reiner Trendfolgehandel. Kurzer Hinweis vorab, vielleicht hat es der ein oder andere auch noch nicht gesehen. Der Relaunch unserer Website ist vollzogen worden, hier mit neuem Design und sehr gelungen, wie mir scheint, und auf den Punkt gebracht, worum es sich bei uns dreht. Und da geht auch alles natürlich nur oder speziell der Kern auch um das, was wir hier darstellen, nämlich hier die Transparenz und alles Weitere hier sehr gut dargestellt, gut strukturiert. Und all das, was Sie sozusagen über uns erfahren müssen, finden Sie hier jetzt sehr, sehr kompakt dargestellt im neuen Design. Deswegen der Hinweis hier für Sie, einfach mal sich da auch umzuschauen. Überdies wird noch einiges mehr in diesem Jahr folgen. Ich will nicht zu viel der Worte in der Beziehung verlieren, aber bleiben Sie uns treu. Abonnieren Sie den Newsletter oder schauen Sie immer wieder mal rein. Hier bei den Webinaren, wie gesagt, sind Sie jederzeit willkommen. Und heute, wie gesagt, Thema Rainbow Trading und da wollen wir dann auch gleich mal ins Thema einsteigen. Eine Frage von Christina. Ja, hallo. Grüße an dieser Stelle. Das Webinar wird durchaus diesmal aufgezeichnet, korrekt. Und obgleich wir auch, und das wird der ein oder andere vielleicht aus früheren Zeiten wissen, hier in gewisser Regelmäßigkeit die Seminar-, Online-Seminar-Ausbildung für das Rainbow Trading gemacht haben. Soll heißen, hier in Kooperation mit Godmode Trader haben wir in der Regel dann eine dreiteilige Seminarreihe, Online-Seminarreihe aufgelegt, wo es dann praktisch dann hier explizit nochmal um die Einzelheiten, Feinheiten und auch natürlich auch um das Template beim Metatrader ging. Wer sich dafür interessiert, einfach dann mal vielleicht Feedback geben an den Kundenservice at jfdbrokers.de. Ich sage es dann zum Schluss nochmal an, damit wir so ein bisschen herausfinden, ob wir es dieses Jahr nochmal auflegen. Die Idee ist aber durchaus angedacht und wir hatten immer 40, 50, 60 Teilnehmer und macht durchaus Sinn natürlich hier das auch ein Stück weit zu transportieren. Kurzer Hinweis dabei, Rainbow Trading, da haben wir hier auch im Stream die Marta zum Beispiel, die in früheren Zeiten hier das Rainbow Trading genossen hat. Ich weiß gar nicht mehr, ob es vor zwei oder drei Jahren war. Auf jeden Fall hat sie an diesem Rainbow Trading teilgenommen und setzt das hier auch im Stream mit exzellenter Verfolgung dessen, was damals die Skills waren, kombiniert mit ihren eigenen Methoden sozusagen um. Und das Trendfolgeprinzip, wie gesagt, lebt sich ja sehr, sehr schön und das lässt sich auch immer wieder nachvollziehen, wenn sie denn Zeit findet, hier mal in dem Stream vorbeizuschauen. Genau, also wollen wir direkt mal durchstarten. Heute Rainbow Trading kommen wir direkt hier zum Eingemachten, weil hier geht es grundsätzlich natürlich um Trendhandel. Wer jetzt hier Ausbruchshandel favorisiert oder Counter Trading, also Trading gegen den Trend, der wird sich mit dem Rainbow nicht wirklich anfreunden können. Das ist ein reines Trendfolgesystem, das heißt, man sucht eben hier bestehende Bewegungen, um diese zu erwischen, um diese auszunutzen, um hier das Momentum mehr oder weniger auch auf seine Seite zu bringen. Das ist eine Eigenart, die hier in den 90ern in Great Britain groß geworden ist, aber auch hier Darlie Gubbi aus Australien insbesondere, da er seinen Beitrag geleistet hat im Sinne des Gubbi Tradings. Also die Methode ist keinesfalls neu, wurde aber damals auch hier von Lars Gottwig, dem jetzigen auch Mitbegründer von JFD Brokers CEO, sozusagen ins Leben gerufen. Hier damals mit einem Trading Service bei Godmore Trader auch ganz fantastisch, sozusagen hier auch mit seinem Simplified Book über das Rainbow Trading hat er das Ganze sozusagen in Deutschland, will ich sagen, auch bekannter gemacht und ich habe eine ähnliche Methodik damals schon gehabt, die hieß eben multiple gleitende Durchschnitte, bis ich dann auch den Rainbow entdeckt habe und das Prinzip des Trendfolgehandels, das wollen wir uns heute anschauen und eben die Heike- und Aschikerzen, die das Ganze ein Stück weit abrunden. So, und darum soll es heute gehen und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Mit wem habt ihr das heute zu tun? Ich denke, der eine oder andere wird mich schon kennen. Wer in Frankfurt wohnt, nächste Woche bin ich auch bei den IB Days zugegen. Da auch vielleicht ein Besuch möglich in der Universität, wo wir dann da auch die Livestreams halten. Ansonsten kann man natürlich da auch hervorragend vom Rechner zu Hause zuschauen. Ansonsten hier die Eckdaten. Wie gesagt, der eine oder andere wird mich kennen. Alles viel in Sachen Finanzwelt sozusagen meine Leidenschaft seit vielen, vielen Jahren. Vorigster auch der Fokus und insbesondere dann hier seit 2013 mit JFD noch enger verbandelt, weil ich auch mit Lars Gottwig schon früher immer wieder auch Gespräche hatte. Und ja, das Gute führte sich zusammen und ich bin auch sehr, sehr froh, hier bei JFD da entsprechend auch eine Heimat gefunden zu haben und auch eben einen Broker, über den ich seit vielen, vielen Jahren selbst handle. Und es gibt eben hier nichts Besseres am Markt. Das ist ganz klar, gerade in Sachen Fairness und Transparenz muss man doch schon hinter die Kulissen schauen. Eine Ausbildung habe ich auch ein Stück weit genossen, ganz klar. Ist aber, wie man so schön sagt, auch hin und wieder ein bisschen was von Schmuck am Nachthemd. Letztlich geht es ja darum, dass man die Skills, die man hat, umsetzt. Und daran scheitert es meistens bei vielen Teilnehmern. Setups gibt es durchaus viele. Aber eben das, was zwischen den Schultern liegt, verhindert manchmal auch die kontinuierliche Mittel- bis langfristige Umsetzung. Und das ist immer das, wo eben viele Leute auseinanderlaufen mit ihren Ideen und dem, was sie eigentlich umsetzen sollten an den Märkten. Letztlich muss sich jeder hier auch selbst finden, seinen Setup finden, seinen Timeframe finden und auch natürlich das Ganze psychologisch sauber umsetzen. Und das ist wohl die größte Disziplin. Grundsätzlich hier meine Werkzeuge, um mir sozusagen einen Einstieg am Markt zu erleichtern. Price Action, das ist das, was zählt, wird eben durch den Rainbow ein Stück weit in einem Momentum gepackt. Das schauen wir uns, wie gesagt, an. Saisonalitäten, Zyklen wird der ein oder andere auch kennen, dass ich mich damit gerne auseinandersetze. Heiken Aschi-Kerzen, sehr, sehr fein in Sachen der Trend- und Signaldefinition. Candlesticks kennt jeder. Kleidende Durchschnitte, das ist der Rainbow-Pattern. Verschiedene Muster, auch bis zu den Harmonie-Pattern in Sachen Fibonacci und dergleichen. Und das ist so ein Stück weit der Baukasten, den ich nutze, um, wenn ich auf den Chart schaue, meine Bewertung zu vollziehen. Ja, je nachdem, was mir ins Auge springt und da ist es auch so, dass natürlich hier die Kontinuität und auch die gewisse Beständigkeit des Chartlesens hier das A und O ist. Man muss sich einfach damit beschäftigen und hier auch ein Stück weit Zeit investieren. Ganz klar, dass sowas hier nicht innerhalb von zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten erlernbar ist oder umsetzbar, zumal auch der psychologische Aspekt hier ganz, ganz wichtig ist. Gut, jetzt aber zum Thema. Wir wollen uns heute Rainbow Trading 2.0 anschauen. Warum die Unterscheidung? Ich selbst habe, wie gesagt, eingangs erläutert, dass wir eine Seminarreihe zum Rainbow Trading hatten, die, wie gesagt, kostenpflichtig ist. JFT-Kunden erhalten hier selbstverständlich einen Rabatt, wenn wir es wieder dieses Jahr auflegen. Der Punkt aber, Rainbow Trading definiert sich eben meines Erachtens nach verschiedenen Kategorien, wie man die Setups schüren kann in Kombination. Also das ist nicht auf 1.0, 2.0, 3.0, 3.5 irgendwie beschränkt. Das heißt, es ist eine Open-End-Geschichte. Grundsätzlich aber für mich hier interessant, Rainbow Trading 1.0 ist das, was ich als Rainbow Trading mit den Candlestick-Kerzen bezeichne. Das ist auch das, was Lars Gottwig in seinem Rainbow Trading explizit erwähnt, wo er praktisch den Rainbow mit Pattern der Candlestick-Analyse verbindet. Da habe ich mir sozusagen erlaubt, zu nennen Rainbow Trading 1.0 und Rainbow Trading 2.0 ist praktisch hier eine Weiterentwicklung, ein Upgrade dessen, worum es eben hier beim 1.0 geht. Grundsätzlich suchen wir immer Trendbewegung und aber als Signalfilter haben wir hier jetzt nicht die Candlestick-Formation oder Kerzen vielmehr, denn eine einzelne Hammer-Kerze hat ja auch schon eine Signal Relevanz. Nein, hier ist es der Heiken Aschi oder die Heiken Aschi-Beschau, die uns hier so ein Stück weit hilft, um Entries und Exits zu finden. Die Heiken Aschi-Kerzen in ihrer Funktion wollen wir gleich mal erläutern, bevor wir dann eben auf den Rainbow selbst eingehen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was mitgebracht, schauen wir uns an. Wer von euch, liebe Teilnehmer, kennt denn hier überhaupt schon die Heiken Aschi-Kerzen? Kurz mal bitte Feedback in den Chat. Ja, gemischt. Okay, aber die Masse kennt es, wie ich sehe. Wird auch schon aktiv damit gearbeitet. Das wäre jetzt so eine nächste Frage, die mich interessiert, einfach um zu sehen, wie die Gruppe, die ja doch recht groß ist, aufgestellt ist. Okay, das Feld ist sehr, ich möchte es mal so ausdrücken, gemischt. Ja, kennen tun sie viele, aber arbeiten damit nur temporär, beziehungsweise teilweise gar nicht. Gut, das ist wie gesagt auch nicht jedermanns Sache, weil die Kerzen auch ein Stück weit verschoben werden durch ihre Berechnung der Vorkerze. Aber sie, das seht ihr auch hier im Chart, sie sorgen für eine gewisse Art der Entfernung des wilden, hektischen Markthandels. Also das ist sozusagen, das Rauschen wird ein Stück weit rausgefüllt und man erhält auf jeden Fall Klarheit aufgrund eben der Berechnung, die wir uns dann auch anschauen werden bei den Heiken Aschi-Kerzen. Ein Punkt ist eben einfach, es ist eine sehr, sehr feine Art, aber auch eine Trendfolgeart, die natürlich verzögert in einer Aufwärts- oder Abwärtsbewegung das eigentliche Aufwärts- oder Abwärtssignal generiert. Und das ist natürlich was für welche, die dann immer die exakten Hoch- und Tiefpunkte erwischen wollen. Natürlich ein bisschen was Störendes in der Art der Kerzen ist, aber ganz ehrlich, man wird nie, und wenn, dann ist es durchaus mal Zufall, das exakte Hoch- oder Tief einer gewissen Bewegung erwischen. Das ist schlichtweg unmöglich. Insofern, die Heiken Aschi-Kerzen hier mit ihrer ruhigen Art das Ganze zu transportieren, sicherlich sehr, sehr angenehm. Helmut, das was du hier siehst, sind keine Candlestick-Kerzen, das sind Heiken Aschi-Kerzen. Diese ähneln natürlich in der Optik den Candlesticks, haben allerdings hier die Eigenart, dass zum Beispiel immer, je nach Trendbewegung, bei bärischen Kerzen der obere dort fehlt und bei bullischen Kerzen der untere dort. Ja, so sind sie schon mal sehr, sehr leicht zu unterscheiden. Aber wir gehen ins Detail und wollen uns das mal anschauen, was es hier mit Rainbow Trading 2.0 auf sich hat, in Kombination der Heiken Aschi-Kerzen. Und hier eben die pure Kunst des Trendhandels, weil, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, weil wir praktisch hier mit dem Rainbow, der auch noch dargestellt wird, also den gleitenden Durchschnitten, hier sozusagen eine Trendbewegung identifizieren im Sinne des Momentums, Aufwärtsmomentum bullisch, Abwärtsmomentum bärisch, das signalisiert uns der Rainbow. Und die Heiken Aschi-Kerzen sind praktisch auch Trendfolgekerzen, die wiederum auf den Preis bezogen in einer kurzfristigeren Abfolge Signale generieren. Und das ist das Spannende sozusagen. Und auch hier dann praktisch die Kunst des Trendhandels, weil man zweierlei Sachen, die mit Trends zu tun haben, kombiniert. Das ist sozusagen die erste Erläuterung dazu, aber gehen wir jetzt mal ins Detail. Die Funktionsweise der Heiken Aschi-Kerzen, deswegen haben wir ja auch heute hier einen Workshop, ist praktisch die Art und Weise, dass hier die klassischen Candlestick-Kerzen modifiziert werden. Also das heißt, es findet hier eine gewisse Datenumrechnung statt, die relativ simpel ist. Ihr seht das auch nachher, das ist keine höhere Mathematik oder Raketenwissenschaft. Grundsätzlich wird hier eine Datenumrechnung der vier klassischen Candlestick-Werte, Open, High, Low, Close, diese Datenumrechnung erfolgt und wird sozusagen immer wieder auf den neuen Mittelwert der nachfolgenden Kerze ausgeworfen. Und der ganze Effekt dessen ist praktisch eine optische Trendklettung. Also eine Beruhigung des manchmal doch gerade bei Candlestick-Kerzen sehr hektisch wirkenden Charts. Und dadurch haben wir eben hier einen Preisverlauf bei den Heiken Aschi-Kerzen, der eben sich hier als Trendklettung, Trendbewegung darstellt. Und hierbei auch keine Interpretation zulässt. Soll heißen, dazu kommen wir gleich in den nächsten Slides, eine bullische Heiken Aschi-Kerze, die ist nun mal bullisch. Und da gibt es auch nichts dran zu zetern, sondern wenn sich so eine Kerze ausbildet, ist sie da. Da haben wir auch mit dem Jörg Schmidstädter auch im letzten Jahr mit den Live-Events schon schöne Educations gefahren. Gerade im Hintergrund dessen, dass wir hier sozusagen die Heiken Aschi-Kerzen bei seinem Setup live auch im DAX Trading und in meiner Währungshandler betrieben uns näher angeschaut haben. Und er hat praktisch die Heiken Aschi-Kerzen ganz simpel mit der Markttechnik verbunden. Und hat dann auch durch seine Art und Weise des Vorgehens, durch das Lesen der Charts, so eine gewisse Eigendynamik seiner Skills entwickelt. Und hat hier natürlich seinen Weg gefunden, wie er hier im 1- und 5-Minuten-Chart kurzfristig skype. Und da helfen die Heiken Aschi-Kerzen tatsächlich im kleinen Timeframe wie auch im großen. Was im Timeframe unterschiedlicher Art und Weise fungiert oder funktioniert, funktioniert in jedem anderen Timeframe auf. Nur eben auch mit einer gewissen anderen Art der Signalgeschwindigkeit. Ganz klar, ein Minutenschart, die Kerzen, die schießen im Minutentakt umher. Hingegen auf dem Tagesschart natürlich hier die absolut entspannte Ruhe stattfindet. Aber back to basic, Heiken Aschi-Kerzen, ein weiterer Effekt für viele ein Graues, gerade für Gap-Trader, ist eben das, dass aufgrund der Mittelwertberechnung der Vorkerze transportiert in die aktuelle Kerze, die entsteht, keine Gaps zu sehen sind. Es sind keine Gaps zu sehen. Das heißt, die Kerzen schließen immer aneinander an. Und das können wir auch hier nochmal schön sehen. Der eröffnet immer in der Mitte der letzten Kerze. Also die aktuelle Kerze, die sich hier jetzt aufmacht, eröffnet immer in der Mitte vom Kerzenkörper der anderen Kerze. Das ist die Mittelwertberechnung. Das ist sehr schön zu sehen, aber es gibt hier keine Gaps. Das ist für den klassischen Shard-Trader, der immer exakte Price-Action sehen will, hin und wieder durchaus ein bisschen verwirrend, weil die Gaps eben fehlen, weil die durch die Kerzengröße dann und durch die Eröffnung im Mittelwert der Ausgangskerze dann praktisch immer geschlossen sind. Man sieht keine Gaps. Aber es führt auch in einer gewissen Art und Weise zu einer schönen Klarheit im Shard. Schaut es euch manchmal den DAX zum Beispiel an. Wenn er eine Woche hat, wo er praktisch an vier von fünf Handelstagen mit irgendwelchen Gaps öffnet, der Shard ist fast zerpflückt. Man kann ja kaum ordentlich Interpretationen teilweise herleiten. Gerade jetzt eben, ich rede nicht vom 24-Stunden-Handel, sondern vom Cetra-DAX oder vom Eurex-DAX, also Future-DAX, 8 bis 22 oder eben 9 bis 17, 30. Wo man einfach sagt, da hat man hier die Gaps, die dann teilweise das Shard lesen, schwierig machen. Das hast du bei den Heiken Aschi-Kerzen nicht. Insofern ganz interessant. Franz, Frage in Sachen 24-Stunden-Handel geeignet. Ja, durchaus. Also die Heiken Aschi-Kerzen, wie gesagt, die transportieren einfach den Preis in so einen Mittelwert. Und das macht es jetzt nicht schlimmer, ob man das jetzt auf Wochenbasis, Monatsbasis, Tagesbasis oder eben auch im Intraday-Bereich dann auf 24-Stunden-Handel fokussiert dann auch anwendet. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, hier nochmal kurz die Gegenüberstellung. Candlesticks rechts, Heiken Aschi, umgekehrt Heiken Aschi rechts, Candlesticks links. Hier ganz klar die Kerzen, Bullish Weiß, Bärisch Schwarz, Open, High, Low, Close. Das sind hier die vier Werte. Und hier seht ihr, wie die Werte praktisch umgerechnet werden. Relativ simpel, aber das ist genau das, was der Dan praktisch entdeckt hat. Die Heiken Aschi-Kerzen übrigens auch aus dem japanischen. Raum, also Fernost hat hier wieder zugeschlagen, neben dem Ichimoku-Indikator und den Candlesticks selbst, die es ja seit hunderten Jahren gibt im Fernost. Wenn wir hier im angelsächsischen Bereich das Ganze erst in den 80ern, 70er, 80er, 90ern entdeckt haben, hier in Deutschland überhaupt, mit Stefan Salomon hier und dem Buch Candlesticks, das Ganze sozusagen hier in den 2000er, Ende der 90er eingeführt wurde, muss man sagen, gibt es diese Art und Weise der Kerzen schon sehr, sehr lange. Und Dan hat hier ein Amerikaner mit der Forschung fernöstlicher, japanischer Schadmethoden, ableitend über den Ichimoku-Indikator, hier dann praktisch die Heiken Aschi-Kerzen entdeckt und hat die ein Stück weit modifiziert und hat auch hier dazu ein Buch sogar geschrieben. Den gibt es allerdings jetzt nur in Englisch, weil er auch schon auf die Heiken Aschi-Berechnungsart und Kerzendarstellung auch eigene Indikatoren entwickelt hat. Also man kann hier wirklich reihum das Ganze nach vorne bringen. Richtig, Volker. Wie gesagt, in Amerika wurden die Candlesticks dann auch schon ins Leben gerufen. Diese arbeiten aber damals auch zuvor mit den klassischen Bar-Charts. Natürlich ähnliche Darstellung, aber nicht so optisch attraktiv wie die Candlesticks. Und die gab es, wie gesagt, entfernt aus schon im 18. Jahrhundert. Unglaublich aber wahr. Wollen wir uns jetzt aber hier weiter dem Thematiken widmen in Sachen Rainbow Trading. Hier habt ihr einfach mal die Gegenüberstellung, für den der es wissen will, wie die Formeln aussehen. Und das Ganze jetzt nochmal hier schön optisch dargestellt in einem Preisverlauf. Klar, sagen wir ja auch eine Farbunterscheidung, aber was hier auch ganz effizient zu sehen ist, wenn man hier ganz locker auf den Chart blickt, welche Farbe dominiert. Das könnte jetzt Weiß für Bullish oder Grün für Bullish sein oder Schwarz für Bärisch und Rot für Bärisch. Grundsätzlich mit ganz kurzem Blick, ohne zu sehen, dass der Chart von links oben nach rechts unten läuft, was ja per se schon einen Abwärtstrend initiiert, sieht man, okay, hier haben wohl die Bären das Rote in der Hand. Und zudem eben hier im direkten Vergleich auch gewisse Abwärts-Momentumsbewegungen hier, gerade bei den Heiken Aschi-Kerzen, sehr viel schöner dargestellt werden als bei den Candlesticks. Diese lassen eben hier keinen Interpretationsspielraum zu. Man sieht hier den intakten Abwärtstrend, der immer noch dominiert wird. Hier gibt es so eine Art kleine Doji-Kerze. Schauen wir uns dann auch nochmal an, was das bedeutet. Aber grundsätzlich ist der Abwärtstrend intakt. Hier bei den Candlesticks hätte man schon wieder vermuten können, okay, passiert hier irgendwas anderes auf der Oberseite. Weiß ich nicht, Unsicherheit, Schüren, wie auch immer. Aber die Heiken Aschi-Kerzen symbolisieren hier eine gewisse Klarheit im Chart. Und darum geht es immer und immer wieder. Gut, schauen wir uns jetzt mal das an, worum es nämlich geht, um die Kerzen. Und wie gesagt, es geht ja auch um das Rainbow Trading. Das schauen wir uns dann gleich nochmal in einer Kurzversion an. Und auch nochmal an Sie, wer Interesse an dem Service hat, an der Online-Ausbildung, einfach an den Kundenservice at JFD Brokers schreiben nach dem Motto, ich hätte Interesse am Online-Seminar Rainbow Trading. Einfach nur noch der Abfrage wegen, dann können wir sie auch mal vormerken, wenn wir das dann ins Leben rufen. Grundsätzlich, wie gesagt, JFD-Kunden werden hier auf jeden Fall rabattiert vorgesehen. Wird sich im Bereich zwischen 50, 60 Euro wahrscheinlich bewegen für eine Ausbildung im Umfang von 6 bis 7 Stunden wahrscheinlich. Und das Rainbow Template vom Metatrader gibt es dann nochmal on top obendrauf. Also zwei, drei Templates wahrscheinlich in dieser Art. Also praktisch vorgefertigte Masken, die man dann verwenden kann, um damit zu arbeiten. Das, was praktisch die Marta auch im Stream immer mal wieder darstellt. Wobei die das auch noch kombiniert hat mit anderen Sachen. Doch back to Theme. Wir haben hier bullische Kerzen. Was zeichnet die aus? Kein Schatten. Damit meine ich die Dochte oder Lunden an den Kerzen, wie eingangs schon gesagt, oben oder unten. Das ist ein klares Kriterium oder eine Optik der Heiken Aschi Kerzen. Bullische Farbe. Wie gesagt, wir schauen uns auch gleich dazu nochmal explizit einen Chart an. Länger werdende Kerzenkörper. Ihr könnt es ja lesen. Je höher die Kerzenkörper und desto bullischer das Ganze, werden auch die Schatten immer länger. Eine kleine Hilfsindikation erfährt man auch hier. Nämlich nach dem Motto, hey, wenn die Kerzenkörper wieder kleiner werden und bei bullischen Kerzen erst untere Schattenwürfe zu sehen sind, dann könnte es soweit sein, dass es hier unter Umständen eine Trendpause gibt oder aber sogar eine Trendumkehr. Das heißt, die Heiken Aschi Kerzen symbolisieren auch eine gewisse Abnahme der Trendbewegung und das bietet sich auch dazu an, dass man mit den Heiken Aschi Kerzen zum Beispiel auch Stop-Setzung explizit durchführen kann, weil man mit den Heiken Aschi Kerzen sozusagen auch der Trendbewegung folgt. Da gibt es auch noch viele andere Indikatoren-Systeme, sage ich mal. Ich sage nur Parabolic SaaS oder Supertrend-Indikator, was es nicht alles gibt, ganz klar. Aber auch die Heiken Aschi Kerzen selbst können als Stop-Indikation dienen. Und gerade wenn die Kerzenkörper kleiner werden, bietet es sich durchaus an den Stop-Loss ein Stück weit nachzuziehen oder auch dann zum Beispiel gewisse Positionen teils zu verkaufen oder abzusichern. Durchaus eine Methodik, die man nicht ungeachtet lassen sollte. Wie sieht denn aber nun die Heiken Aschi Kerze aus in einem bullischen Fall? Fangen wir hier nochmal an. Wie gesagt, das sind grundsätzlich mal, also links beginnt ja jetzt hier möglicherweise ein Trend, woher der auch immer kommt. Wir wollen uns einfach mal sehen, dass hier was Bullisches kam und dann kam wieder was Bärisches. Seht ihr an den Farben? Bullisch also grün, bärisch rot. Und dann sehen wir hier so eine gewisse Seitwärtstendenz. Aber was wichtig ist, wenn sich sozusagen bullische Kerzen formieren, dann ist es wichtig, dass die keinen unteren Schattenwurf haben. Also bullische Farbe und kein unterer Schattenwurf. Hier sehen wir so ein Stück weit unteren Schattenwurf. Ist aber weniger dramatisch, weil wir hier schon in einer Aufwärtsbewegung sind. Hier ist zum Beispiel eine Kerze, das muss man auch im Kontext der Erfahrung sehen. Wenn man hier schaut, okay, die Abwärtsbewegung nimmt, also besser gesagt, wir sind hier in einem Aufwärtstrieb, dann in einem Abwärtstrieb. Und jetzt hier so eine gewisse Unsicherheitsphase. Seht ihr an diesen Doji Kerzen, die behandeln wir gleich nach dem Bullischen. Dann stellt sich natürlich hier die Frage, was ist mit dieser Kerze. Der Kerzenkörper ist natürlich hier auch eine Maßgabe in Sachen dessen, wie interpretiert man die Kerze als Signal. Ihr seht, das ist hier dürftig. Während hier große bärische Kerzen kamen, hat sich hier so eine Doji Kerze, noch eine Doji Kerze, noch eine Doji Kerze. Und dann kommt hier so ein kleines Kümmerling an bullischer Kerze. Vorsicht, muss man nicht kaufen. Dann kommen wieder zwei Unsicherheitskerzen, was auch ganz klar sagt, hey, damit muss man einfach Zurückhaltung üben. Warten wir mal, was passiert. Jetzt sehen wir hier links aufkommt, wieder eine bullische Kerze. Bullisch deshalb, weil Kerzenfarbe grün für Bullisch und kein unterer Schattenwurf. Ihr seht hier die Kerzen, das sind keine bullische Kerzen, weil die so eine Art, wer sich mit den Candlesticks auskennt, ich habe es ja auch schon gesagt, so eine Art Doji Charakter haben, also sprich so eine Art Unsicherheitscharakter. Und das visualisieren diese Kerzen hier mit ihren oberen und unteren Schatten hervorragend. Und insofern ist es keine bullische Kerze, wenn der untere Schatten fehlt. Hier sehen wir aber eine ohne unteren Schatten, sieht schon mal gut aus. Jetzt sehen wir hier eine zweite größer werdende, auch ohne unteren Schatten. Und im Kontext der letzten Kerze ist diese Kerze hier durchaus schon als Signalkerze zu werten. Jetzt gibt es Markttechnik-Trader, die dann zum Beispiel erst den Ausbruch über das letzte Bewegungshoch sehen wollen. Auch völlig legitim. Oh, oder nochmal zurück. Auch völlig legitim. Man kann hier natürlich verschiedene Settings bilden. Sollte das auch machen, um eben sozusagen auch seinen eigenen Trading-Stil ein Stück weit zu individualisieren und zu perfektionieren. Ganz klar. Der Methoden gibt es viele. Heute Einblick Rainbow Trading. Heikenashi wichtig eben aber auch hier, dass er das einfach mitnimmt und ein Stück weit adaptiert. Was gefällt euch? Könnt ihr das verwenden? Und eben auch euren eigenen Baukasten sozusagen zusammensetzt. Aber ich denke, jetzt ist klar, was ich mit einer bullischen Kerze meine. Ja, also hier bewegt sich das Ganze dann entsprechend aufwärts. Und hier ist auch die Idee der Heikenashi-Kerzen, zum Beispiel in Sachen Stop-Letsetzung, dass man je nach Bewegungsdynamik zum Beispiel den Stop immer an eine oder zwei der vorherigen Kerzen nachzieht. Ja, dann kommt man irgendwann an den Punkt, je nachdem wo man es nachzieht, dass man ausgestoppt werden würde. Aber die Trendbewegung so lange reitet, wie hier auch die Heikenashi-Kerzen nach oben reiten und hier entsprechend das Momentum visualisieren. So viel jetzt mal in der Beschau zu Heikenashi-Kerzen. Wie gesagt, kein heiliger Kral, aber aufgrund ihrer Datenumrechnung und Mittelwertberechnung aus der Vorkerze herausgesogen, die Daten ergibt sich hier eben eine Trendfolgebewegung, die sich mit den Kerzen dann eben hervorragend ableiten lässt. Und nicht jede bullische Kerze indiziert auch einen bullischen Trend. Deswegen sollte man die Heikenashi-Kerzen verbinden, was wir hier dann speziell mit dem Rainbow eben tun. Gut, soweit zur bullischen Kerze. Ich denke, erst mal für den Einstieg relativ klar. Und es gibt hier auch keinen Interpretationsspielraum. Eine bullische Kerze hat den oberen Schattenwurf, einen grünen Körper, wenn die Farbe bullisch ist, könnte auch weiß sein oder was auch immer. Und definitiv keinen unteren Schatten. Ganz wichtig. Gut, kommen wir jetzt zu den neutralen Kerzen. Die sind sehr, sehr spannend, weil die im Prinzip auch uns visualisieren, dass eine Trendbewegung sich erschöpfen könnte, eine Trendbewegung ermüdet, beziehungsweise man einfach an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, möglicherweise haben wir jetzt hier ein Level erreicht, wo der Markt einfach pausiert, gegebenenfalls sogar umkehrt. Also Vorsicht vielleicht geboten. Vorausgehend sind immer kleiner werdende Kerzenkörper, was sich eben bei den bullischen wie bärischen Kerzen umkehrt, weil da ist es eben so, dass die Kerzenkörper größer werden in einer Momentumsbewegung. Wenn die Bewegung sich abschwächt, logisch, werden die Kerzenkörper kleiner. Und dann gibt es auch noch die Interpretation, dass bei der Konsolidierung die Kerzenkörper dann auch relativ klein sind, mit oberen und unteren Schattenwürfen und wechselnden Trendfarben. Dann spricht man nach Definition von reiner Konsolidierung. Ein Trendwechsel interpretiert sich anhand der Kerzen, wir schauen uns das gleich anhand einer Schatz an. Ein Bild sagt eh mehr als tausend Worte, aber das zur Einleitung. Ein Trendwechsel kann sich dann wiederum mit sehr kleinen Körpern auch wieder andeuten, dann aber mit sehr hohen Schattenauswürfen. Also nach oben und unten laufenden Schatten, einer Art Long-Ledge-Doji praktisch, visualisiert sozusagen hier die Möglichkeit eines Trendwechsels. Also nicht nur Konsolidierung und im Anschluss weiter Richtung Trendrichtung. Nein, wenn die Schattenwürfe relativ groß sind, nach Interpretation sagt man, hey, könnte es auch direkt einen Trendwechsel geben. Ich für meinen Fall aus der Praxis heraus sehe einfach einen Doji, egal ob Long-Ledge oder kleiner Doji, ist für mich immer eine neutrale Kerze, unabhängig dessen, dass ich da jetzt einen Trendwechsel interpretiere. Das mal am Rande. Und wie kann das Ganze in einem Chart aussehen? Hier seht ihr mal reihum, wie sich das praktisch, wenn man viele Doji-Kerzen sieht, darstellt. Klar haben wir hier eine Abwärtsbewegung, aber hier in diesem Mittelfeld ist es schon so, dass man einfach sagt, hey, da bleibt man einfach fern. Wenn hier mehrere Doji-Kerzen nacheinander folgen, dann ist es so eine dermaßen große Unsicherheit im Markt, dass es hier überhaupt nicht interessant scheint, hier auf irgendeine Bewegung zu setzen. Und das visualisieren im Prinzip auch wiederum die Heiken-Ashi-Kerzen, die hier dann sozusagen ein mahnendes Wort auswerfen nach dem Motto, hoppala, hier mal vielleicht zurückhalten als Trend-Folgetrader, man muss ja nicht immer gleich alles angreifen oder alles handeln und traden und machen. Die neutralen Kerzen warnen hier sozusagen. Aber von diesem Chart ausgehend jetzt, wenn wir hier diese Trend-Bewegung mit diesem großen bärischen Auswurf nach unten sehen, dann sieht man hier, wie die Kerzenkörper kleiner werden, also sozusagen die Bewegung sich erschöpft. Dann gibt es hier sogar eine Art Umkehrbewegung, das ist dann praktisch der erste Doji, die erste Doji-Kerze. Dann hier ein grüner Kerzenkörper, den es aber zu vernachlässigen gilt, weil wir hier großes Abwärtsmomentum hatten. Und dann tröpfelt das Ganze so seitwärts daher. Ihr seht, die Kerzenkörper werden immer kleiner und dann kommen die oberen und unteren Schattenwürfe, in Reihe um sogar. Und jetzt kommen auch die oberen und unteren Schattenwürfe mit großen Ausschlägen nach oben. Man spricht dann eben hier von den Long-Ledge-Doji-Kerzen nach Candlestick-Natur. Und das gibt es hier bei Heiken-Ashi eben durchaus häufig. Und jetzt ist es aber interessant, dass wir diese Abwärtsbewegung eben nicht nach oben auflösen, sondern sich das Ganze dann hier tatsächlich weiter fortsetzt nach unten. Also per Lehrbuchdefinition gibt es die Unterscheidung zwischen kleinen Kerzenkörpern und großen Kerzenkörpern mit kleinen Schattenwürfen und großen Schattenwürfen. Für mich selbst, wie gesagt, eine Doji-Kerze ist eine Doji-Kerze. Und mahnt einfach davor, hier hyperaktiv zu sein bzw. begibt den Trader, den Beobachter des Marktes vielmehr in die Rolle eines Zuschauers. Also hier einfach nicht handeln. Das ist ganz klar. Man schaut hier praktisch per se der Bewegung zu. Kommt dann wieder Momentum auf. Insbesondere, und das ist gerade eben auch, wenn man auf Price-Action achtet, bei den Heiken-Ashi-Kerzen interessant. Ein Stück weit kombiniert auch mit der Markttechnik mag sein. Das ist eben, wenn es ein neues Periodentief oder entsprechend Bullish-Perioden hochgibt, dass man dann in eine Trendbewegung, wenn eine Verkaufskerze bei Heiken-Ashi beispielsweise auftaucht, in eine Trendbewegung reinspringt. Okay? Das ist so ein Stück weit das Interessante. Gut. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das bei bärischen Kerzen aussieht. Hier brauche ich jetzt gar keine Riesenvorräte, weil das knüpft natürlich exakt an das an, was ich in der bullischeren Form geäußert habe, nur eben umgekehrt, komplett umgekehrt. Wir haben also hier einen größer werdenden Kerzenkörper mit einer bärischen Farbe und der dort ist in dem Fall, oder in dem Fall ist es ja eine Lunte von unten oder unterer Schattenwurf, nach unten gerichtet. Und es darf keinen oberen Schatten geben, um es mal so zu interpretieren. Das ist eine bärische Kerze. Also bärische Farbe, Schattenwurf nach unten und kein oberer Schattenwurf. Das sind bärische Kerzen. Und das ist natürlich hier klar, Trendbewegung par excellence gibt es nicht immer. Die Märkte sind sehr häufig in Range-Phasen und dann immer nur temporären wirklichen Trendbewegungen. Aber man kann mit den Heiken-Aschi-Kerzen hier eben zumindest seine Signale filtern in Sachen dessen, hoppala, jetzt könnte Bewegung reinkommen. Ja, ganz, ganz klar. Aber interessant auf jeden Fall hier, dass man das sozusagen auch vom Bullischen ins Bärische einfach adaptieren kann mit umgekehrten Vorsignalen. Also auch hier keine Raketenwissenschaft relativ einfach zu interpretieren. Und das ist ja auch das, meine lieben Zuschauer, was man im Prinzip sucht beim Trading. Ja, der Rainbow-Chart selber wird für den einen oder anderen vielleicht total bunt sein. Ja, also mit Verlaub auch Augenkrebs erzeugen, wo man einfach sagt, what, ich sehe ja den Chart schon gar nicht mehr oder den Preis gar nicht mehr vor lauter gleitenden Durchschnitten. Kann man auch alles ein Stück weit adaptieren, reduzieren. Es gibt ja auch den Lazy-Bow zum Beispiel. Das ist ein schmalerer, kleinerer Rainbow, wie Lars ihn damals erfunden hat. Also es gibt da immer viele Möglichkeiten. Tatsache ist aber einfach, dass man eine gewisse Art und Weise findet, den Trend zu definieren. Und wie man das macht, das obliegt dann wieder jedem selbst. Weil jeder ist selbstverantwortlich und jeder ist so individuell, dass man auch teilweise ein Setup, was bei dem einen funktioniert, nicht einfach in den anderen Menschen kopieren kann, weil es schlichtweg dann wieder an der Psyche irgendwo scheitert oder an der Umsetzung der Signale. Das ist ein immer wiederkehrender Prozess. Deswegen trotzdem mitnehmen, die Heiken Ashi-Kerzen wenig in der Interpretationsspielraum, sehr klar in ihrer Signalrelevanz. Und wer das Ganze nochmal ein Stück weit aufgefiltert sehen will, sieht es hier nochmal. Bums. Ja, also hier mit der Konsolidierung und Trendwechselgeschichte unten, da bin ich ein bisschen vorsichtig aus der Erfahrung heraus. Aber letztlich hier nochmal komprimiert, könnt ihr euch ausdrucken zum Beispiel. Und einfach auch hier ganz wichtig, man muss natürlich damit arbeiten. Ja, man muss Trading erlernen. Das ist wie ein Studium, wie eine Ausbildung. Sowas braucht Zeit, sowas braucht Kontinuität und Wiederholung vor allen Dingen. Ihr müsst euer Gehirn in einer gewissen Art und Weise natürlich konditionieren für gewisse Setups. Und irgendwann braucht es dann auch wahrscheinlich nicht mehr viel Firlefanz wie Indikatoren oder andere Tools. Vielleicht auch noch nicht mal die Heiken Aschikerzen oder den Rainbow. Tatsache ist aber, wenn ihr euch ein Setup angewöhnt, mit dem ihr leben könnt, mit dem ihr gut klarkommt, dann ist es eine Sache, mit der man wirklich dann auch seinen Weg gehen kann. Aber man muss sich damit beschäftigen. Und das A und O an dieser Stelle, meine lieben Zuschauer, neben dem, dass man das Ganze über einen fairen und transparenten Broker ausführen sollte, da spreche ich natürlich immer wieder in der Sprache von JFD, weil es gibt da wirklich nichts Besseres, ist es wichtig, dass ihr euer Risk Management im Griff habt. Auch da entscheidet sich wieder die Streu von dem Weizen. Es gibt viele Setups, die profitabel umsetzbar sind, wenn man mit dem Money- und Risk Management umzugehen weiß. Man muss eben wissen, wie man hier vorgeht. Und man muss eben zum Beispiel auch bei Trendfolgesystemen wissen, wie das hier bei dem Rainbow der Fall ist, dass man eine Trefferquote hat, die zumeist unter, nicht zumeist, die in allen Trendfolgesystemen unter 50% liegt. Das heißt, man hat eine Trefferquote, die in mehr als der Hälfte der Fälle, oder besser gesagt, einen Trade, der mehr als in der Hälfte der Fälle schief geht. Das Ganze erzeugt dann aber wieder einen Umkehrschluss, Trefferquote ist nur die halbe Wahrheit, eben wenn man dann hier mit einem hohen Payoff- bzw. Chance-Risiko-Verhältnis arbeitet. Und da reichen im Prinzip Ratios von 2 zu 1, 3 zu 1. Also man riskiert das Einfache und versucht das Zwei- bis Dreifache wieder rauszuholen, um dann praktisch am Markt mit einem Trendfolgesystem zu überleben. Und dann kann man auch mit einer Trefferquote von unter 40%, unter 35% sehr profitabel sein, weil eben hier das Gesetz der Zahlen, der Mathematik ganz einfach das besagt, wenn man weniger verliert, als man in einer Trendbewegung gewinnt, dann ist das die Kunst. Und bei Trendbewegungen muss man manchmal auch tatsächlich zwei, dreimal den Einstieg suchen. Man wird eben ausgestoppt, man wird abgefischt, man hat Pech. Aber wenn man die Trendbewegung dann erwischt, dann kann man sein kleines Risiko mit dieser erhöhten Chance, die man ja im Sinne einer Trendbewegung sieht, durchaus ausnutzen. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit abgeschweift, aber hier, das ist jetzt nochmal Back to Basic, der Rainbow 2.0, jetzt gehen wir im Anschluss gleich nochmal auf den Rainbow ein. Also praktisch, wir haben uns erstmal die Signalkerzen angeschaut, die dann eben jetzt hier ihre Ergänzung finden mit dem Rainbow. Und das schauen wir uns, wie gesagt, gleich im Nachgang an. Und Heiken Ashi-Kerzen jetzt hier nochmal auf den Punkt gebracht, in ihrer Unterscheidung. Wirklich simpel. Ja, ihr wisst vielleicht, Candlestick-Kerzen, es gibt bis zu, ich glaube mittlerweile 100 Formationen. Im Wesentlichen sind so 15 bis 20 wirklich relevant und interessant. Aber unterm Strich, ganz ehrlich, führen, wenn man sich mit den Candlesticks dann eben auch nicht auskennt, zu viele Formationen dann wirklich nur zur Verwirrung. Und die Heiken Ashi-Kerzen halten den Chart eben auch einfach. Das ist ganz, ganz interessant. Gut, dann kommen wir jetzt, wie gesagt, Rainbow Trading 2.0. Ich habe es eingangs erläutert, warum das so heißt. Jetzt nochmal zum Rainbow, um eben auch hier natürlich jetzt die Schere zu schließen, zwischen dem, was man hier kombinieren kann in so einem Trendfolgehandel, in so einer Trendfolgekombination. Und Rainbow ist nicht gleich Rainbow oder doch alles GAPI. Ja, jetzt will ich euch einfach mal ein paar Bilder zum Einstieg präsentieren, wie man sozusagen multiple gleitende Durchschnitte, GAPI Trading oder eben auch Rainbow Trading sozusagen darstellen kann. Und da gibt es verschiedene Handelssysteme. Ihr seht hier im Hintergrund das gepunktete. Das ist auch ein Rainbow, rot, bärisch, grün wird es hier dann bullisch, kombiniert mit gewissen Signalparametern und Oszillatoren und Indikatoren. Ja, alles möglich. Der Chart sehr, sehr bunt. Keine Frage, wem es gefällt, der mag es. Man muss es nicht so nehmen. Man kann es auch zum Beispiel mal völlig anders darstellen, so richtig abstrahiert, wo man sagt, der Chart selber wird hier nur durch das Momentum des gleitenden Durchschnitts dargestellt und der Preis ist sozusagen ausgeblendet. Auch eine Methodik, wo ich zum Beispiel auch bei einem anderen Trader mal sah, der handelt tatsächlich nur nach Indikatoren. Der sieht sich gar nicht den Preis an, sondern er handelt verschiedene Kombinationen in Indikatoreneinstellungen. Wenn es denn für den Marktteilnehmer funktioniert, ist es legitim. Kopierbar, einfach so umsetzbar auf hunderte andere Trader sicherlich nicht, zeigt ja auch das Turtle-Experiment in den 80ern und auch jüngste Wiederholung von diversen Hedgefondsmanagern, dass es da schon immer eine gewisse Individualität gibt. Aber Tatsache auch hier, das sind multiple gleitende Durchschnitte. Der Preis ist einfach mal ausgeblendet und man handelt sozusagen hier einfach theoretisch gesehen den Crossover der jeweiligen gleitenden Durchschnitte. Auch eine Methodik. Ansonsten gibt es natürlich auch hier eine Reihe um angewissen Möglichkeiten der Kombination von Rainbow-Strategien und eben auch der Hülle und Fülle in Sachen gleitender Durchschnitte. Da sind wie gesagt keine Grenzen gesetzt und auch in Guidance könnt ihr euch den Rainbow einstellen. Dort übrigens mit der standardisierten 20 EMA, also 20 gleitende Durchschnitte nach den ex-potenziell gewichtenden Moving Average und könnt ihr dort einfach mit einem Klick integrieren. Hier aber wie gesagt aus Metatrader heraus und shoot und dann auch nochmal hier ein Bild, so wie es denn hier praktisch von mir dargestellt wird und auch das, was wir in einem Online-Seminar sozusagen nach draußen transportieren. Kati, ich lese gerade, wo findest du Marta? In der Regel in meinem Stream. Dort einfach mal Hallo sagen. Die Marta meldet sich je nach Zeit unter der Woche mehrmals, postet dort auch Trades, also hier einfach bei Guidance den Chris Kämmerer, Chris den Kämmerer suchen und dort ist sie wie gesagt mit dem Bernd und hin und wieder auch anderen Teilnehmern häufiger im Chat und da werden auch Daily Trades ausgetauscht und hier sozusagen ein Stück weit verfachsimpelt. Die Marta hatte ich auch schon bei einem Live-Event, bei einem JFD Live-Event dabei und glaubt es mir, ich werde sie dieses Jahr auch nochmal einladen, gerade weil sie auch ein Setup jetzt entwickelt hat, was auf den 1-Minuten-Chart abzielt. Ja, sie benutzt noch gewisse andere Informationsquellen sozusagen, aber, also Informationsquellen in Sache ihrer Signal-Ergebung, aber das Prinzip der Trend-Bewegung, das hat sich schon verinnerlicht und hat sich da auch ein bisschen adaptiert, geht auch manchmal gegen den Trend, ist wie gesagt eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr für euch ein adaptierbares System findet, mit dem ihr leben könnt, darum geht es. Und wie ihr auch schon hier seht, oder auch in den Vorscharts, der Rainbow überlädt teilweise, mag sein, den Chart, aber man kann auch hier mit Markttechnik irgendwelche Pfeilchen ziehen oder eine Trendlinie reinziehen, hier sieht man einfach nur das große Momentum und was es jetzt damit auf sich hat, das wollen wir sozusagen jetzt ein Stück weit beleuchten. Aber der ein oder andere von euch wird sich vielleicht doch die Frage gestellt haben, gleitende Durchschnitte, okay, Rainbow besteht daraus, das ist das Element des gleitenden Durchschnitts, wie aber anwenden, denn es gibt hier auch verschiedene gleitende Durchschnitte, Simple Moving Average, Exponential Moving Average, Triangular Moving Average oder Wide Moving Average, wo man sagt einfach gewichtete gleitende Durchschnitte, einfach berechneter, exponentiell berechneter und dann auch noch verschobener gleitender Durchschnitt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, ein Tipp aus der Praxis, sieht der eine oder andere vielleicht auch anders, aber ich würde, wenn ich den Rainbow nehme, immer mich nur für eine Art und Weise des Moving Average entscheiden, also der Berechnungsgrundlage. Und der EMA ist in Anführungszeichen einer der schnelleren, der gleitenden Durchschnitte, die näher am aktuellen Preisgeschehen dran sind, als zum Beispiel der Simple Moving Average, der sich einfach nur immer dadurch ergibt, dass der letzte Preis wegfällt, der neue dazukommt und sich das sozusagen aneinanderreitet und berechnet, der EMA gibt den jüngeren Preisen, die wiederum der Herleitung des gleitenden Durchschnitts dienen, ein höheres Gewicht. Das macht übrigens auch das Thema, ihr seht übrigens auch hier, dass der verschoben ist, das ist auch so eine gewisse Integration beim Ichimoku-Indikator, der Ichimoku-Indikator im Übrigen ja auch nichts anderes, als ein Sammelsortium aus gleitenden Durchschnitten und dann mit der Wolken-Geschichte ist es nämlich genau so, dass hier praktisch der gleitende Durchschnitt nach vorne und hinten verschoben wird. Also im Sinne eines TMA Moving Average funktioniert. Und hier aber jetzt, das soll das Bild eigentlich verwirklichen oder verdeutlichen, es gibt im Einzelnen jetzt nicht wirklich den Mega-Vorteil, ob man jetzt den SMA oder den EMA nimmt, aus der Praxis heraus, viele Trader nehmen den EMA, da der eben am schnellsten fungiert und am nächsten am Preis dran ist. Aber wenn man sich für einen entscheidet, sollte man eben hier keinen Mix nehmen, sondern eben sich für eine Art der gleitenden Durchschnitt entscheiden. Und USO, das kann man mitnehmen, ist der EMA im Prinzip im Praxisgebrauch am häufigsten eingesetzt. Okay, und was ich hier verdeutlichen will, ist, dass es jetzt auch gar nicht darauf ankommt, ob ihr jetzt welchen ihr nehmt. Das Grundprinzip des Momentums werdet ihr in jedem Falle überall gleich erkennen. Gut, wozu aber gleitende Durchschnitte? Ich habe es vorhin immer wieder mal auch kombiniert und angesprochen, ganz klar. Gleitende Durchschnitte sind mehr als nur Trendfolger. Ja, also einfach und dennoch höchst aussagekräftig. Ihr kennt es auch, wenn man den EMA 50 nimmt, den EMA 200, liegen die beiden übereinander, haben wir ein größeres bullisches Fahrwasser, liegen die beiden unter, also der 50er unter den 200, haben wir ein bärisches Fahrwasser. Man kann also hier relativ einfach gröbere Trendbewegungen identifizieren. In Seitwärtsmerken scheitert das Ganze, aber auch hier hilft der Rainbow uns da eine gewisse Klarheit im Chart zu veranschaulichen. Letztlich auch ein Umkehrschluss, dass man durch gleitende Durchschnitte höherer Periodeneinstellungen dann auch praktisch höhere Zeitebenen und eben vergangene Perioden sozusagen mit einfängt und man in einem Timeframe auch das Momentum von höheren Timeframes sozusagen mit erfasst. Ja, das nochmal als Gedankenstoß ist, es ist mehr als nur ein reiner Trendfolger. Äh, Folgler, Trendfolger. Und gerade für den Rainbow oder multiplen gleitenden Durchschnitten gilt eben, dass es hier, und das ist eigentlich der Punkt des Rainbows, immer um das Erfassen von Trendstärke geht, von Momentum. Also wenn sich Momentum aufbaut, sozusagen im Erwachsen ist und dann an Fahrt gewinnt, dann ist es so, dass man das mit dem Rainbow sehr, sehr klar definiert und explizit vorgestellt bekommt und dann somit praktisch auch die Möglichkeit erhält, wirklich starke Trendbewegungen zu identifizieren. Und auch wenn es natürlich einerseits gefahrvoll ist, auf einen reifen Trend aufzuspringen, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn der Trend immer reifer ist, dass er sich irgendwann mal erschöpft oder eine Konsolidierung einfährt, ist natürlich gegeben. Aber im Umkehrschluss der Statistik ist es wahrscheinlicher, dass wenn Sie eine Trendbewegung identifizieren, die Wahrscheinlichkeit durchaus höher ist, wenn Sie denn eine Trendbewegung korrekt identifiziert haben, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieser Trend sich fortsetzt, als in dem Moment, wo Sie einsteigen, sich umkehrt. Man muss dann auch wieder schauen, kauft man in der Konsolidierung, kauft man den Ausbruch, gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten oder kauft man die Signalkerze nach High Energy zum Beispiel. Das sind Punkte, wo man einfach dann sagt, aber den Einstieg und Ausstieg kann man individuell gestalten. Tatsache ist, man sucht starke Trends und versucht in den Trend hinein mitzukommen, weil die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung eben gegeben ist, wenn mal ein Trend etabliert ist. Starke Trends kehren sich nicht so schnell um wie schwache Trends. Das muss man ganz klar wissen. Mit dem Rainbow versucht man eben starke Trends im jeweiligen Timeframe zu identifizieren. Fragen bis dahin? Hätte ich vielleicht schon mal vorher fragen sollen, aber ich bin im Redeflow gerade drin. Insofern halb so schlimm. Wer Fragen hat, kann es ja über den Chat jederzeit stellen. So, dann machen wir mal weiter und gehen ein bisschen mal zur Grafik über. Was hat es denn eigentlich mit dem Rainbow auf sich? Einerseits natürlich ein Naturphänomen in Anführungszeichen abgeleitet in Form der Farbgestalt. Wunderbar. Aber da steckt natürlich ein Stück weit was dahinter, warum die Farben ihre Farbgebung haben. Und das Ganze kommt vom Darley Gabby, der hier praktisch ähnlich dem Gubbi-Prinzip so eine Art Herdentrieb identifizieren wollte. Und der Witz ist, dass man hier sozusagen die unterschiedlichen Farben des Rainbows nach Händlergruppen klassifiziert. Und da geht es eigentlich darum, dass man Rot-Gelb, also den oberen Teil eines Rainbows, das ist übrigens hier ein Screenshot aus Guidance. Und ihr könnt es ja auch über Guidance mit JFD handeln. Das heißt, ihr könnt hier eure Charts zeichnen und könnt dann theoretisch aus diesem Chart heraus, nicht nur theoretisch, sondern praktisch aus diesem Chart heraus auch Orders absetzen. Und es wird dann auch in Zukunft natürlich hier die Entry-Exit-Levels sozusagen auch alle im Chart noch zu sehen sein. Grundsätzlich aber hier, das ist der Rainbow, wie ihr ihn vorfindet. Das ist auch der klassische Full-Rainbow, wie er sich denn nach Lars Gottwig seinem Buch nennt. Und eben auch so, wie er im angelsächsischen Bereich groß geworden ist. Grundsätzlich jetzt hier interessant, dass man die Farben eben definiert. Nach dem Motto hier Rot-Gelb sind die kurzfristigen Trader. Das sind die EMAs, die auch sehr kurzfristig aufgestellt sind. Wir schauen uns dann auch gleich an, wie die EMAs verteilt sind. Das sind die kurzfristigen Trader. Dann kommen die grün mittelfristig ausgerichteten Trader. Und blau, ihr könnt es ja lesen, sind dann sozusagen die längerfristigen Trader. Und hier ganz unten die etwas abgesplittete Linie, das ist der EMA 100. Das nennt sich Centerline. Ist auch interessant dahingehend, dass wenn die kurzfristigen Trader die Centerline durchbrechen, dass man da theoretisch auch ein Umkehrsignal interpretieren kann. Doch das wäre jetzt schon zu sehr ins Detail gegangen. Lasst uns hier bei diesen Farben bleiben. Grundsätzlich die Idee, dass wenn alle Händlergruppen in einer Richtung orientiert sind, eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es sich fortsetzt. Ihr seht natürlich hier auch den Punkt, dass der Preis sozusagen hier die Kerzen im Hintergrund dann so ein Stück weit tiefere Hochs machen und tiefere Tiefs. Per se ist hier eine Abwärtsbewegung sozusagen intakt. Der Rainbow verdeutlicht aber, dass wir hier immer noch in einem bullischen Momentum sind. Die kurzfristigen Trader versuchen hier die mittelfristigen Trader umzustimmen. Das Ganze scheint hier schon zu kippen. Auch der Preis geht unter die Centerline. Das sieht hier schon sehr, sehr bärisch aus. Aber, und das ist auch so eine gewisse Interpretation des Rainbows, solange der Rainbow keinen kompletten Farbspin vollzogen hat, und wir werden das gleich sehen, was ein Farbspin ist, dann ist die Lage bullisch. Und genau hier passiert das Interessante, dass die längerfristig ausgerichteten Trader, und da spricht man auch davon, dass dort das höhere Kapital, das höhere Volumen liegt, also auch in der Tatsache dessen, dass je höher das Timeframe, desto höher das Volumen an Geld. Also im Tagesschart ist viel mehr Geld unterwegs, als in irgendeinem 15-Minuten-Chart oder 1-Minuten-Chart. Das muss man wissen. Genauso ist auch eine Candlestick-Kerze eine Hammer-Erscheinung. Ja, also gehen wir vom Hammer aus, weil es das Simpelste ist. Im Tagesschart um ein Vielfaches relevanter als im Stundenschart, oder geschweige denn ein Hammer im 1-Minuten-Chart, ist eben von der Interpretationsfähigkeit her schon ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen. Ja, aber das nur am Rande. Und hier ist es so, dass das große Geld mit dem kleinen nach unten tropft. Natürlich werden die kleineren Timeframes und auch die kleineren durchschnitte früher nach unten drehen, wenn es wirklich zu einem Trendwechsel kommt. Aber stabilisiert sich der Preis eben dann doch und kippt nicht komplett weg, dann sieht man hier die Situation, und das ist so eine schöne Situation, wo man sagt, der Rainbow ist noch intakt, das Preislevel oder das Preismomentum vielmehr dreht wieder auf. Hier sieht man auch, die kurzfristigen Trader spüren wieder Drive. Und hier könnte man auch zum Beispiel das neue Verlaufshoch kaufen. Oder eben direkt hier mit der Idee, hey, der Rainbow, der fächert sich wieder auf. Also auffächern insofern, dass die kleidenden Durchschnitte sich sozusagen separieren, bullisch auseinanderziehen. Man sieht hier schön positives Momentum. Hier klappt das Ganze ein bisschen zusammen. Dann gibt es hier so eine Art Versuch eines Spins, eines negativen Spins, passiert aber nicht, und jetzt kommt es wieder zur Auffächerung. Hervorragend. Also das ist ein Idealverlauf, ganz freilich, ganz klar. Aber mit solchen Techniken muss man ja sozusagen das Ganze visualisieren. Und wenn es jetzt hier um den Workshop geht, das Thema sozusagen an euch ranzubringen, dann ist das ja genau der richtige Weg. Also hier relativ simpel. Der Rainbow, wenn man solche Shards sucht, und das kommt jetzt gleich zum nächsten, dass man hier mit einem Blick, und da reicht eine Sekunde, ihr schaut es in einem gewissen Timeframe, gewisse Underliance durch, und ihr klickt das alles durch, und ihr merkt euch nur die Shards, die hier so einen bullischen Rainbow zeigen. Für Trendfolge genau das Signal, wo man sagt, okay, der Shard sieht bullisch aus. Okay, der Shard gibt mir den Spielraum eines Aufwärtsmomentums, also für mich interessant als Trendfolge-Trader. Und da gibt es auch nicht groß was rumzuzetern oder irgendwie einzuzeichnen oder Trendlinien. Der Rainbow sagt euch innerhalb von einer Sekunde, ob ihr bullisches, bärisches oder neutrales Momentum habt. Stopp-Setzung, wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell. Man kann das aggressiv mit gewissen Hilfsindikationen machen, wie Supertrend oder Parabolik. Man kann auch die letzten lokalen Tief- und Hochpunkte nehmen. Das ist ganz, ganz klar, dass man das alles ein Stück weit individualisieren muss, auch je nach Aggressivität des Tradings. Stopp-Setzung ist ein Thema für sich. Grundsätzlich, Tipp aus der Praxis, orientiert euch an der Average True Range 10, Average True Range 14. Das heißt nichts anderes, als dass ihr die letzten 14 Perioden eines gewissen Timeframes nehmt und sozusagen ihr anhand dessen, anhand der ATR sozusagen den Stopp setzen könnt. Einfacher ATR, zweifacher ATR ist ein hervorragendes Mittel, um die aktuelle Volatilität sozusagen ein Stück weit mit der Stopp-Bemessung in Einklang zu bringen. Also ATR ist sehr, sehr interessant und durchaus hilfreich. Ansonsten, Rainbow vom Timeframe her, ich weiß gar nicht, was der Screenshot jetzt hier ist, das ist ein Tagesschart zum Beispiel. Rainbow funktioniert in jedem Timeframe. Wie auch Charting in jedem Timeframe funktioniert. Und wer jetzt theoretisch ein guter Intraday-Trader ist, ist meines Erachtens auch ein genauso guter Positions-Trader auf Tagesbasis, weil es im Prinzip nur um das Lesen des Charts geht und der Signale der Interpretation dessen, wie man am Markt vorgeht im Dschungel der Preise. Und das heißt, das Timeframe ist völlig unabhängig. Wir haben auch schon Experimente gemacht nach dem Motto, die Zeitskala hier unten und die Preisskala auf der rechten wegzuschneiden. Können Sie gern mal probieren, haben wir wie gesagt auch schon gemacht. Der Punkt ist einfach, dass man dann unabhängig der Zeitebene und der Preisebene viele unterschiedliche Timeframes auf den Bildschirm bringt und man kann sie nicht unterscheiden. Es ist nicht zu sehen, ob das ein Minutenschart oder ein Tagesschart oder ein Monatschart ist. Es ist letztlich Price Action und die ist in jedem Timeframe die gleiche, nur eben komprimiert auf gewisse Perioden. Das ist das ganze Geheimnis. Gut, Carsten, Frage wegen dem Rainbow. Wie gesagt, das ist ein Tool, was wir theoretisch bei dem Online-Trading-Seminar dann bekannt geben. Da war vorhin der Aufruf, wer ein Interesse von euch hat. Schreibt an den Kundenservice at jfdbrokers.de. Ja, habe Interesse am Rainbow-Trading-Seminar, dann können wir das schon mal vorfiltern. Ich denke, wir setzen das dieses Jahr nochmal auf. Wird über Gottmachtrader stattfinden. Wenn ihr Kunden bei JFD seid, werdet ihr eh darüber informiert. JFD-Kunden erhalten auch hier natürlich einen Rabatt, weil sie eben bei uns handeln. Das ist eh klar. Und da können wir, wie gesagt, ganz, ganz hervorragend agieren. Das mal am Rande, meine lieben Zuschauer. Gut, fahren wir mal weiter fort. Der kleine, aber feine Unterschied wollen wir uns jetzt mal anschauen. Es ging um die Interpretation der Charts. Und rechts seht ihr nach Definition von Lars, Spinning Girl, ist auch ganz interessant die Definition. Man sieht hier einfach den Unterschied zu Range-Phasen bzw. unattraktiven Bewegungsmustern im Vergleich zu links eben klarem Trendmomentum. Und das ist ja das, dass hier ganz, ganz klar der große Unterschied liegt. Es geht ja darum, nicht immer den DAX zu traden, weil der DAX einfach toll ist zu handeln oder so. Nein, man muss den Chart suchen, wo sein Setup passt. Und wenn man ein Trendfolgetrader ist, ist der Rainbow eben ein schönes Hilfsmittel. Den kann man ja meinetwegen dann auch ausblenden, wenn einem das zu bunt ist. Man kann aber mit diesem Rainbow sehr schön mit einem Blick eben unterscheiden, ob das jetzt hier eine Trendbewegung ist, eine starke oder schwache oder eine abschwächende oder wo wir da irgendwo stecken. Lohnt sich das näher anzuschauen, lohnt sich das nicht anzuschauen. Man kann sehr, sehr schön vorscreenen. Das ist natürlich keine Garantie, dass der Trend sich auch fortsetzt. Aber man geht einfach davon aus, dass man hier im Sinne eines Filterprozesses eben wirklich nur Underlines, oder sprich eben nicht nur von dem DAX, sondern eben zum Beispiel am Forexmarkt von 10, 15, 20, 25 Währungspaaren oder eben auch auf Aktien bezogen, dass man nicht nur den DAX anschaut, sondern einfach mal den DAX 30 und die 30 Einzeltitel sich anschaut. Natürlich kann man auch den Index betrachten, in welcher Verfassung der gerade ist, aber dann daraus ableiten eben auch die stärksten Momentumsaktien sozusagen rauszufiltern. Also hervorragende Möglichkeit und wenn man so einen Chart wie rechts zieht, dann weiß man, davon lasse ich die Finger aus. Eine Millisekunde auf den Chart geblickt, weg damit. Links geschaut, interessant bleibt. Und so kann man vorfiltern und so kann man seine Settings bilden. Und jetzt so langsam nähern wir uns tatsächlich dem Ende. Wie gesagt, das ist ein recht umfangreiches Thema und wir werden, wie gesagt, das Ganze auch in dem Online-Seminar weiter ausbauen und austreten. Aber hier, ich denke mal, heute kommt schon ein bisschen was von den Skills, von der grundsätzlichen Vorgehensweise mitnehmen. Und hier jetzt auch nochmal die Erklärung zu den einzelnen Rainbow-Arten. Jetzt muss man natürlich sagen, ihr seht hier die Aufschlüsselung der gleitenden Durchschnitte. Und wenn ich immer höre, ist jetzt der EMA 9 besser als der EMA 3 oder der EMA 5 als der EMA 12? Liebe Leute, den Preis interessiert irgendein EMA mal überhaupt nicht. Es gibt auch verschiedene, die schwören auf den EMA 9 oder auf den EMA 21. Das mag alles sein. Ich für meinen Teil ist es so, oder ich glaube für meinen Teil, um es mal so zu sagen, die einzige Wahrheit ist der Preis und jeder Indikator ist eine Krücke auf den Preis. Und ohne Preis gibt es keinen Indikator. Es ist nur eine mathematische Ableitung von dem Preis selber. Und insofern ist auch der kleine Durchschnitt da kein heiliger Kral. Ob sie jetzt den 5er, 7er, 8er, 9er nehmen, ist völlig wurscht. Gerade beim Rainbow ist es auch hier interessant, dass man da auch den einzigen Unterschied dessen findet, dass man hier gewisse Abstände pflegt. Und das seht ihr hier beim Full Rainbow, wie ihr in Guidance vorfindet. Periodenabstände sind hier beginnend beim 9er EMA 3 bis zum Level 30. Und dann haben wir hier Periodenabstände von 5 bis zum Level 90. Und dann haben wir hier die Centerline, wie vorhin schon angesprochen, EMA 100. Der Lazy Bow ist das Ganze ein bisschen abgespeckter, sodass man nicht den vollen Rainbow sieht und erschlagen wird von den vielen gleitenden Durchschnitten. Und dann haben wir hier unten auch noch die klassischen Entstehungsweise von Darly Gabby, der hier praktisch dann auch im Prinzip nur die kurzfristigen Händler ganz zu Anfang und die Investoren unterschied. Und auch hier eine gewisse Periodenabstandslösung fand. Auch wie gesagt ohne Gewehr, jetzt 3,5,8 sieht nach Fibonacci aus, dann hat er die 10, 12, 15 plötzlich gehabt. Also es kommt auch nicht genau auf den einzelnen Periodenpunkt an. Es geht vielmehr darum, ein Sammelsortium an gleitenden Durchschnitten zu haben zur Interpretierung oder Interpretation der Trendbewegung. Das ist das A und O, meine lieben Zuschauer. Ja, und da gibt es auch noch einen modifizierten Rainbow nach Darly Gabby, der hat dann 60 gleitende Durchschnitte, ist schon mal ein Brett. Startet er beim EMA 2 und geht bis zum EMA 200. Das ist einer, den ich dann für mein Rainbow Trading adaptiert habe. Und ein kleines Beispiel mal zur Trendsuche, Schrägstrich Trendindifizierung, wie das beim Metatrader aussehen könnte, ist zum Beispiel das hier. Da habe ich im Prinzip alle 15 Top Pairs inklusive Gold auf einem Screen drauf und sehe hier im Timeframe 15 zum Beispiel, wo ist starkes Trendmomentum. Wo ist schwaches Trendmomentum. Welcher Chart könnte für mich interessant sein, welchen blende ich aus. Das abgeglichen noch mit anstehenden News oder mit News, die bereits gekommen sind, um einfach zu sehen, okay, bewegen wir uns hier in einem riskanten Flow oder in einem zunehmenden Momentum, haben wir eine Zinsentscheidung vor uns gehabt, hinter uns liegend, alles viele Möglichkeiten, die man mit ins Kalkül ziehen sollte, unterm Strich aber hier letztlich mit einem Blick identifizierbar, okay, Australien sieht ganz gut aus, das heißt der Full Rainbow ist intakt, wir haben eine starke Korrektur gesehen, könnte interessant werden. Hier Euro-Austral-Dollar, das ist ja nun mal gar nichts, weg damit, interessiert mich nicht. Hier auch interessant, Euro-US-Dollar, ja, RUB starkes Momentum, klafft ein bisschen ab, muss man sehen, ob die letzten Tiefs hier erreicht werden, unterschritten werden, das heißt, es ist natürlich auch hier so, dass man ein Stück weit mit dem Chart arbeiten muss, das ist ein lebendes Vehikel, ja, das ist nicht in Stein gemeißelt, das kann sich alles je nach Timeframe in Minuten, 15 Minuten, Stunden, Takt ändern, man muss aber einfach hier einfach eine Vorauswahl treffen und das kann man eben mit dem Rainbow zum Beispiel sehr, sehr gut. Beispiel hier unten, British Fund Yen ist auch so eine Nummer, wo man sagt, oje, was ist denn das, das ist ja gar nichts, der Preis, der ist ja tot, überhaupt nicht interessant für irgendwelche Setups. Hingegen hier US-Dollar-Yen als direkter Vergleich, schaut schon mal gut aus. Und im Sinne der Korrelation auch hier wieder erkennbar, wenn wir hier einen schwachen US-Dollar sehen, US-Dollar-Yen in dem Fall nach unten drückend, macht es ja durchaus Sinn, den Euro-US-Dollar möglicherweise auf der Long-Seite zu spielen. Gilt es auch hier ein Stück weit das Klumpenrisiko abzufeldern, ja, in Sachen Korrelation. Das mal als Screen, jetzt bekomme ich noch hier gerade vom Oliver auf die letzte Minute hier rein, können Sie bitte zeigen, wie man Rainbow & Guidance einstellt? Klar, Oliver, mache ich gern, wäre auch dann praktisch was für Seminar. Im Grunde genommen hoffe ich euch, hoffe ich jetzt erst mal, dass ihr hier ein Stück weit Einblick bekommen habt in Sachen Rainbow-Trading. Der Möglichkeiten, wie gesagt, gibt es viele. Hier mal ein schöner bullischer Rainbow, hier ein schöner bärischer Rainbow und es gibt auch viele Rainbows, die uns überhaupt nicht weiterbringen, weil man eben einfach sieht, das hat keinen Trendcharakter. Jetzt zeige ich euch aber mit dem Guidance, wie dem Wunsch von Oliver nachkommt, wie man das machen kann. Hier, wie gesagt, im Stream ist die Marke zugegen. Ich habe auch unlängst auch, warte mal, wo hatte ich hier den letzten Rainbow-Trade mal dargestellt? Na, das war ein Ausbruchstrade. Jetzt hin und wieder poste ich auch hier mal Shards von Live-Action, wo ich selber reinhaue. Jetzt muss ich euch echt mal suchen. Früher habe ich das täglich gemacht. Jetzt ist das ein bisschen reduzierter worden. Ah, da haben wir es. Ja, hier zum Beispiel. Das war im Prinzip ein schönes bullisches Setup, wo man sagt, der Rainbow ist schön aufgefächert, hier schöne Price-Action, Seitwärtslauf. Okay, machen wir das Vortageshoch platt, in dem Fall 1244, dann sieht es gut aus, dass er nach oben läuft. Wäre jetzt hier die Interpretation Trendfolge, mit einem neuen Ausbruchshoch, praktisch dann prozyklisch kaufen. Wie gesagt, habt ihr hier im Stream immer zu sehen und mal gucken, was jetzt hier an den Kommentaren zuletzt reingekommen ist. Genau, also wir tauschen uns auch hier über mögliche Swing-Trades aus und was es nicht so gibt, Schauts immer rein, ist auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Jetzt aber mal zum Guidance-Geschichte. Wir haben hier den Euro-S-Dollar-Shard, ist jetzt mal völlig egal. Und wenn ihr jetzt hier in Guidance aktiv ist, ist es natürlich auch eine Chart-Plattform. Gut, der Chart ist jetzt schon ein bisschen vorbelastet mit Linien und Pfeilen und dergleichen. Lasst euch da jetzt nicht verwirren. Grundsätzlich hier kann man jeder, jegliche Chart-technische Analyse durchführen und hier mit dem Broker-Login dann übrigens auch über uns sozusagen hier in diesem Chart dann oder in dem Live-Chart handeln. Das ist eben ganz toll, dass aus der Analyse und Trading-Plattform oder aus der Analyse und Screening-Plattform auch eine Trading-Plattform wurde. So rum. So und jetzt gehen wir mal rein, dass wir hier schauen, hier oben sind die ganzen Menü-Felder, was es so alles gibt. Okay, und dann haben wir hier sozusagen die Indikatoren-Auswahl. Und da ist es unter Sonst-Ticket zu finden und dann heißt das Ganze, wenn man drauf geht, RB. Wenn man drauf stehen bleibt, steht dann auch Rainbow da. Ja, oder PP wie Pivot-Points. Aber wir wollen dann die Rainbow. Und dann mit einem Klick, schwusch, haben wir eine Rainbow im Bild, mein lieber Oliver in diesem Zusammenhang. Und ja, das ist ganz easy. Was sehen wir hier beim Rainbow? Ja, schönes Beispiel wie vorhin. Wir haben hier negatives Abwärts-Momentum im Tagesschart vom Euro-S-Dollar wohl bemerkt. Kippt hier alles nach unten, kann man auch mit Markttechnik schön interpretieren. Ja, also hier tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch. Dann könnte man alles weglassen, wenn man jetzt einfach sagt, okay, das ist ein Trend-Momentum, ist bärisch. Jetzt gab es hier, ähnlich wie vorhin in der Situation, die Idee der kurzfristigen, mittelfristigen Trader, den Trend zu kippen. Klappte aber nicht und der Preis kippt nach unten weg. Und hat jetzt eben unlängst die Woche auch hier neue Tiefs gemacht. Und meine Interpretation im Sinne der Trendbewegung und auch jetzt, wie wir es schön anhand des Rainbows sehen, ist eben das, dass wir hier weitere Tiefs sehen. Sollte der Preis hier nochmal ein Stück weit nach oben laufen, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier ein mögliches Short-Setup bekommen. Und jetzt zeige ich euch das nochmal mit den Heigenashi-Kerzen. Das ist nämlich auch recht simpel. Da geht es ja eben praktisch, hier ist die Auswahl mit den Indikatoren. Ihr habt auch noch kleinen Durchschnitt der Auswahl. Und dann haben wir hier, das seht ihr, die Kerzen. Das sind die klassischen Kerzen-Auswahlmöglichkeiten. Da gibt es den Linien-Chart, den Bar-Chart, Open, High or Close, Mountain-Chart. Und hier habt ihr die Heigenashi-Kerzen. Ein Klick, swoosh. Und dann haben wir sie. Es sieht jetzt ein bisschen bunt aus, deswegen habe ich hier auch schon ein Template vorbereitet, dass wir das mal farblich ein bisschen ändern. Nur Murphy's Law, jetzt geht es gerade nicht. Okay, wir müssen mal gucken, dass ich das jetzt anders mache. Warte mal. Ich will die Kerzenfarbe ändern. Das ist natürlich jetzt blöd. Da hängt jetzt, entweder liegt es auf meinem Browser. Normalerweise hier draufklicken auf die Kerze, ja. Und dann könnt ihr hier die Farbauswahl vornehmen. Da habe ich dann immer gerne schwarz-weiße Kerzen. Aber hier seht ihr jetzt die Heigenashi-Kerzen. Und wir sehen aktuell heute auch aufgrund der positiven Bewegung eine bullische, äh, bullische, ein vorausgehend bärisches Momentum. Und jetzt hier eine neutrale Kerze, die jetzt unter Umständen auch dazu führen könnte, dass wir hier so ein paar grüne noch kriegen und das Ganze hier nach oben läuft. Sollte dann hier im oberen Bereich irgendwann sowas wie hier auftauchen, eine bärische Verkaufskerze oder sowas wie hier. Gut, da ist ein ganz kleiner doch zu sehen, aber auch eine bärische Verkaufskerze. Dann wäre die Möglichkeit da einzusteigen mit Stopp über den letzten Periodenhoch. Und dann hätte man jetzt mal gesponnen, wenn die jetzt hier nach oben geht, das als letztes Risiko hochnimmt, dann hätte man hier möglicherweise das als Risiko, ich sage mal 0,6% oder knapp 70 Pips, wenn der Preis bis da hoch kommt. Und dann hätte man hier sozusagen seine mögliche Chance, wenn man das mal als finales, also Anlauf zu den letzten, ne, nochmal, das wäre die Chance und das wäre das Risiko. Ja, da hat jetzt gerade der Browser einen Hänger. Passiert sehr selten, aber in dem Fall wäre das die Chance, das Risiko. Und da seht ihr ein hervorragendes Verhältnis. Und die Heigenashi-Kerzen könnten hier durchaus ein schönes Signal bilden. Sieht wie gesagt ganz, ganz spannend aus. Ich, meine lieben Zuschauer, hoffe auf jeden Fall, dass ich euch jetzt heute einen Mehrwert liefern konnte. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich erschienen wart. Wie gesagt, war mir ein Fest zum Freitag. Hoffe dem einen oder anderen hier die Augen auch in Sachen Heikenashi-Trading und Trendfolge-Trading und dergleichen da eröffnet zu haben. Würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören und wiedersehen. Auf einem Event, beim JFD-Devisenradar, auf unserem JFD-Desktop oder bei jeglicher anderer Aktion, die wir hier noch in Zukunft etablieren werden. Hier unser JFD-Desktop könnt ihr auch gerne mit unserem Kundenservice immer in Kontakt treten. Freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Euch ein schönes, entspanntes Wochenende. Wenn ihr mögt, wie gesagt, hören wir uns bald wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Happy Trading. Vergesst die Stops nicht. Und auf bald. Euer Chris Kemmerer. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020